Wo ist schon wieder der Anfang vom Tesa? Ihr findet den Anfang der Tesarolle nicht? Dann schnappet ihr eine Münze oder Büroklammer oder knickt den Anfang um. Anschließend klebt die Münze am Anfang des Tesabands und nun findet ihr ihn in Sekunden. Wo der Anfang ist. Hast du den Buchstaben? Beschreib es dir auf und wir sehen uns morgen.